In den letzten Jahren hat sich Mexiko zu eines der gefährlichsten Länder der Welt für Medienschaffende entwickelt. Sie arbeiten in einem ständigen Klima von Einschüchterung und Gewalt. Obwohl kein Kriegsland, ist Mexiko mit das gefährlichste Land der Welt für Medienschaffende. Mindestens zehn von ihnen wurden 2019 in Mexiko getötet. Der wichtigste Grund dafür ist, Straflosigkeit. Der Staat ist meist unfähig oder unwillig, die Verbrechen wirksam zu verfolgen. Den Behörden mangelt es an Geld und Personal. Oft gibt es kein politisches Interesse, die Verantwortlichen zu finden. Die größte Gefahr geht von verbeamteten Personen aus, gefolgt vom organisierten Verbrechen. Beide Gruppen können kaum belangt werden. Die Bediensteten werden durch staatliche Institutionen geschützt. Die organisierte Kriminalität hat eine ungeheure wirtschaftliche und durch weit verbreitete Korruption politische Macht. Die Folge, diejenigen, die Verbrechen an Medienschaffenden begehen, werden fast nie bestraft. Die Aufklärungsquote liegt bei ein bis zwei Prozent. Die Opfer und ihre Familien warten vergeblich auf Gerechtigkeit und viele Medienschaffende müssen mit der Angst leben, das nächste Opfer zu werden. Viele zensieren sich deshalb selbst oder verlassen das Land. Aber es gibt auch Fortschritte im Kampf gegen die Straflosigkeit. Reporter ohne Grenzen hat 2019 den Internationalen Strafgerichtshof aufgefordert, die 116 Journalistenmorde zu untersuchen, die zwischen 2006 und 2018 begangen wurden. Außerdem haben wir das Projekt Press in Resistance gestartet. Das Ziel, Gesetze überwinden, die der Pressefreiheit schaden und Medienschaffenden, die Opfer von Straftaten geworden sind, zu Wiedergutmachung verhelfen. Diesem Engagement ist es zu verdanken, dass der Mörder der Journalistin Miroslava Britsch im August 2020 zu 50 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Das Urteil setzte ein Zeichen. Es war der erste Mordprozess gegen den Mörder einer Journalistin, der auf Bundesebene geführt wurde. Und der erste, der zu einem Urteil führte. Im Kampf gegen die Straflosigkeit ist das ein kleiner, aber wichtiger Schritt.